Besonders viel mitgenommen habe ich von den PULS-Verträgen, da die anderen Unternehmen teilweise schon weiter sind wie wir. Und besonders wichtig, weil das erlebt man im Alltag normal nicht, die Sicht auch der Partner und nicht nur die Sicht als Kunde von Sperrtec, sondern auch die Sicht der Partner fand ich sehr wichtig. Auch heute habe ich wieder viele nützliche Anregungen mitgenommen. Mittlerweile sind wir Kunde von Sperrtec. Das waren wir beim letzten Summit noch nicht. Die Community finde ich super. Ich war glaube ich der Erste, der sich vorhin angemeldet hat. Also absolut super Idee und ich bin da voll dabei. Ich habe ähnliche neue Lösungen gesehen, die mir vorher nicht so bewusst waren, was wir alles gemeinsam mit Sperrtec machen können. Ich habe mich mit verschiedenen Kollegen ausgetauscht, auch mit Firmen außerhalb unseres Konzerns und wir werden demnächst gemeinsam einiges beginnen und machen und werden uns dann mit Sperrtec in Verbindung setzen, was wir gemeinsam daraus aufbauen können. Ich finde, es war ein toller Tag. Danke! Ich finde, es war ein toller Tag. Danke! Ich finde, es war ein toller Tag. Danke! 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 Danke!